Ah, jetzt muss ich mein Handy wieder ausbuddeln. Ja, dann Tomete. Dann Stevie. Genau, dann du, Dennis. Und dann... die Kirschtorte. Torte? Das ist mal was anderes. Warum nicht? Vielleicht ein bisschen schnell Wagen anfangen. Komm, woher ich jetzt rauskomme? Okay, die anderen jetzt kommen. Komm da rum. Ich verstehe nicht die Türchen da ohnehin. Wie soll das funktionieren? Ich meine, die ist so scharf, die Kurse. Wahrscheinlich hat es einfach Bremse. Ja, bremst nicht. Ach, die ganze Kette, ich zweifelst nicht mehr. Ja, aber da müsste man doch eigentlich noch vieles ins. Keine Ahnung, wie er das macht. Oh Gott, komm doch da runter, du Unterschied. Boom, hallo Wand. Fuckin' hell. Und weg ist die Kirsche. Ach, der hat gruselig, das ist jetzt die letzten beiden Kurven, das haben wir nicht. Ah, der war schlecht. Aber immer noch besser als er anscheinend. Ja, als Nerviges, eigentlich habe ich extra vorsichtig gemacht und dann war es nochmal extra dumm. Achso, war anscheinend noch nicht extra dumm genug. Nee, genau. Also war kein Crash, aber... Mach doch mal ein paar mehr Crashes, so zur Unterhaltung. Das mache ich alles vorher schon. Du machst gar nichts, das ist das Problem. Echt viel zu wenig Action bei dir da drin, Kirsche. Oh, das kann man so nicht sagen. Na doch. Erster zu sein ist keine Action. Also ja, man kann es sagen, du hast es ja gerade getan, also... Du erster zu sein ist keine Action. Erster zu bleiben. Ganz unmöglich ist es nicht, habe ich gerade festgestellt, ohne Handbremse, aber... Kannst du es ja mal ohne Bremse und Handbremse versuchen. Genau. Geht auch. Und dann lässt du es noch auf dem Gast sein. Bloß, dass du nicht bei der Speed resetten kannst. Oder doch, das ging bei dem Spiel, ne? Ich glaube, ja. Nö, aber es ist halt eben dein mit 0 kmh bei unseren Settings. Also das ist auf jeden Fall die langsame Variante. Wenn es nicht normal ist, dass die MPH ist, dann ist es ungefähr gleich schnell. Dürfen wir, die wir so weit hinter euch sind, das eigentlich mal umstellen? Ich habe mit 300 kmh mal Reset losfahren. 300 ist ein anderes Spiel schon fast dann. Ja und? Ja und? Vor allem, du fährst mit Opie Speedster oder so, dass du auch mit 300 kmh fährst. Ja, dann drücke ich nur noch Reset, um zu strecken. Das ist genau das Ding. Das ist wirklich ein anderes Spiel. Du musst dann rausfinden, wo man am geschicktesten gegen queschen kann, um möglichst häufig zu resetten. Also das ist eine völlig andere Ideallinie, sozusagen. Warum einfach immer die Air-Traste benutzen, so oft wie es geht? Oder Reset-Taste oder? Ja, nee, nee. Der resetet ja nicht nur, weil du die Taste drückst. Ja, naja. Wenn du unter eine bestimmte Speed fällst, resetet er schon. Ich weiß nicht, was genau die Idee ist. Das ist nicht eher. Probier's doch mal aus. Bremst jetzt mal so lange ab, bis du Reset drücken kannst. Wahrscheinlich kannst du auch schnell. Ich meine, bei der hohen Geschwindigkeit Reset drücken, du musst nur vorher gut gecrashed sein. Ich sag ja, probier's mal wieder aus. Ja, nicht gerade jetzt. Natürlich jetzt. Und nachher hast du es wieder vergessen. Das könnte in der Tat passieren. Deswegen jetzt. Ich glaub, es ist wirklich Geschwindigkeit basiert. Aber ich weiß nicht, wie viel Speed. Dennis, du musst ihn auch dazu ermutigen, das jetzt auszuprobieren. Ich glaub nicht, dass es Geschwindigkeit ist. Obwohl, hm, wer weiß. Doch, doch. Das ist eine Geschwindigkeit. Möchte ich auch, das ist eine Mindestgeschwindigkeit, die du haben musst. Oder maximal eine Geschwindigkeit in dem Fall eher. Aber da musst du ja quasi bei 300 kmh Reset-Speed ganz schön runtercrashen in der Geschwindigkeit, um neu resetten zu können. Vielleicht nimmt er nicht die wirkliche kmh-Speed, die sich deine Räder noch drehen, sondern die Speed, die du nach dem Crash-Book erst. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber deswegen. Es ist eine völlig andere Ideallinie. Es ist ein völlig anderes Spiel dann. Und ob uns das denn so verbringt, wenn wir dann mit 300 um die nächste Wand crashen, weil wir in der Kurve durchsettlet haben, ist ja die nächste Frage. Ja, und kann man damit schneller sein? Ja, es gab ja früher welche, die es gemacht haben angeblich und die dann plötzlich richtig schnell gefahren sind. Und die dann auch damit gewonnen haben. Oh, was mache ich denn mit der Abkürzung jedes Mal? Die leichte Abkürzung für kacke ich jetzt. Ja gut, leicht würde ich die nicht nennen. Ich habe sie jetzt auch kein einziges Mal ordentlich getroffen. Das ist normalerweise für mich sehr einfach, aber für heute anscheinend nicht. Das ist deine letzte Runde. Welchen Tag ihr habt? Wenn wir diese Abkürzung anziehen. Der Rest hat gepasst. Nur die Abkürzung verkackt ich heute. Ich weiß nicht, was ich da mache. Erst wenn ich frage, ob du einen schlechten Tag schon gemacht hast, habt hast, gemacht hast, na klar. Nicht bis er zum ersten Mal durch die Abkürzung gefahren war. Abgesehen von der Abkürzung passt es, wie gesagt. Oh, es ist so deprimierend, wenn man genau weiß, dass das eigentlich alles schlecht geht. Man kriegt einfach nichts ab. Na, für mich reicht es ja auch. Ja, die Abkürzung ist eine große Hilfe. Also was er vorhatte ich, ja. Keine Chance, deswegen wird, äh, macht das scheiß Ding besser, obwohl der Grund kommt manchmal zu verstehen. Ich verstehe es nicht. Ich habe es schon so häufig gehört, dass ich gar nicht mehr weiß, wer es gesagt hat. Es war immer nur Tomete. Oh, in der letzten Runde habe ich die Abkürzung mal bekommen, ich soll erhauen können. Wuhu! Der wäre immer so weit raus, dass der Ende wäre. Das ist aber auch eine Untersteuerkarte hier. Und wieder das, was ich vielleicht sage, ah, es ist zum Kotzen. Ich mache das absichtlich. Ja, das weiß ich. Ich muss hier nochmal, wenn wir durch sind, ganz kurz aus dem Rennen raus. Irgendwie haut meine Steuerung nicht ganz hin. Oh, okay. Es ist so räuchig, ich glaube, er ist sehr konzentriert. Der Sieg gehört dir. Ja, sehr konzentriert. Der Stäbe. Ich glaube, du hast dich gerade sehr, sehr konzentriert, so gegen Ende, oder? Wieso, ich bin nur am Fahren gewesen. 1,48, holy moly. Ich habe nur lediglich irgendwann auch endlich mal die Abkürzung genommen. Auf dem ich es in den ersten Reihrunden erstmal nicht genommen habe. 1,48 wäre ich, glaube ich, eh nicht gekommen. Ich muss mal gesagt ganz kurz raus. In der zweiten Hälfte habe ich vier Runden und danach habe ich dann noch zwei Runden, weil ich mit der Zeit nicht hinkam. Dafür stand ich ein paar Stunden im Zug heute in der Gegend rum. Auch sehr schön. Machst du dann sowas? Irgendwie hat es auf der Strecke so ein bisschen gebrannt. Und dann konnten die nicht mehr da durchfahren. Glücklicherweise war ich schon auf der anderen Seite des Brandes. Nur der Zug, der eigentlich zu mir kommen sollte, kam halt eben nicht. Aber die Züge, die in die andere Richtung gefahren sind, kamen auch nicht durch. Das heißt, die haben einfach die Züge quasi, anstatt sie von Süden nach Norden weiterfahren zu lassen, umgedreht und wieder nach Süden zurück. So gesehen gab es dann vier als Ersatzzüge, nur zu spät. Schön. Also alles super, sagst du. Alles super. Nur wer durch diese Brandzone durchfahren wollte, der hätte halt eben Pech gehabt gehabt. Ein Jonat. So. Dann wähle ich mal aus. Wähle ein, in die Steiner Wahl. Oh nein, er will kein Elise. Viel Glück. Ich glaube, das Tool sieht das anders. Man kann es doch mal versuchen. Versuch macht klug, sagst du. Und, hat es was gebracht? Scheinbar nicht. Ich glaube, ja, du hast einen silbernen F50. Das könnte der Ansatz zum CLK gewesen sein. Wegen Silber. Oh Mann, ey. Der meiste, ihr wollt Alpen und wolltet alle die Elise haben. Die zahre ich aber nicht ein. Raus aus dem Mainstream halt. Oh, was war das denn jetzt? Er hat sich nie alles weggedreht. Wie gut wie jeder. Nur zwei Leute, wie es aussieht nicht. Ja, ich hab's auch geschafft, aber ich fand's lustig, dass alle hinter mir das gleiche trauen. Taten. Erste, 50-fach, die mir das passiert ist. Aber gut. Ja, außer Kerstin, dem ist gar nichts passiert. Doch, ich war da vorsichtig. Und mir nicht. Der ist halt echt, ich weiß nicht, erst zum ersten Mal, dass das passiert ist, aber der 50 ist schon ziemlich rutschig an der Stelle. Der M kommt da ziemlich entspannt durch. Nee, das ist aber auch nichts passiert. Der ist ja auch ein CLK, das zählt quasi nicht. Ja, stimmt, du cheatest ja. Du benutzt einfach ein anderes Auto. Das kam aber echt unerwartet. Naja, dann wird das das Rennauverkehr schon. Weiß so. Ich mach da ja noch einen großen Fehler. Ja, ja. Ich muss halt immer noch nach Hause fahren. Also bei einer Sprintstrecke glaube ich das nicht. Das möchte ich sehen, dass du nach Hause da jetzt fährst. Glaub nicht, dass du dann im Ziel ankommst. Ja, das meinte ich. Also man muss jetzt noch ins Ziel fahren. Achso, musst du einem doch sagen, Mensch. Ja, das sagt man halt so nach Hause. Weiß auch nicht warum. Oder alternativ muss ich einfach umziehen. An die Stadt Zielinie. Füße die Nacht. Oh Gott, nicht wegdrehen, der Karre. Beinahe. Aber ich brauche gerade nur Fehler. Ah, hier war ja eine Wand. Ach, die ist auf dem Zaun hängen geblieben. Ja, der Traditionszaun. Die stabilsten Holzzäune der Welt. Ah, drei Sekunden war der Dreher auf jeden Fall. Wenn nicht noch länger. Also ich hätte vielleicht sogar gewinnen können. Ja, also beim Start bis zu dem Crash sind wir, aber Jonathan davor auch noch, mit ziemlich konstantem Abstand vor uns hergefahren. Das hätte ich gewinnen können, tatsächlich. Weil das hat garantiert länger als drei Sekunden gedauert, der Dreher. Das war aber echt merkwürdig. Na ja, gut. Überraschungen gibt es immer wieder. Du willst jetzt einen TS-15, ja? Okay, okay. Ich hoffe, dass ihr den dann alle bekommt. Deswegen habe ich dir das gewählt. Das ist eine gute Strategie, ja. Das echte Auto ist ja nicht wirklich besser. Äh, Tomete, hast du schon? Nee. Ich habe schon. Du darfst, Tomete. Steep, wie will ein BMW M5? Die wollten die alle... Die würde ich auch lieber fahren. So, was habe ich denn so ein? Ach man, wieso habe ich denn... Oh, glaube ich, hätte ich den HSV-HSV oder den kann jetzt HSV. Den HSV-HSV. Schau, wie sich das anwört, hey. Den HSV-HSV. Was willst du zumindest zu sagen? Ich glaube, so gut, wie keiner hat es eingeladen. Nein! Wofür war denn der Dreher jetzt? Du wolltest mir Edi zeigen. Hab ihn gesehen. Ich auch. Alter, mein Gott. Ist ein Abends, weil ich runterzufahren bin. Hui! Alter, Tare, was machst du? Hey! Ja, das Auto ist halt... Ja, ne? Kann man machen, muss man. Aber jetzt sind wir nicht. Nein, 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 nein. Komm rum, Karre! Na, los! Ich muss mich da ausschaukeln, jetzt. Aber was soll ich machen? Unsichtbare Wand, bitte, Jona. Nee, aber ich hatte genau den gleichen Gedanken. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. An der Stelle. Ob so jedes Auto seine eigenen unsichtbaren Wendorf hat? Brrrt, nein. Nee. Mensch, war jetzt das Witz gemeint. Ach so, okay. Man weiß ja nie. Vielleicht ist das ja Wirklichkeit dazu, der Switch oder... Jonathan war eindeutig im fünften Gang. Na, wo hast du denn Kirsche gelassen? Sag doch mal. Ja, ich muss das so ein bisschen Lust haben. Der ist vor mir gewesen. Der Tunnel-Gitauf gewesen. Ja. Jetzt ist er nicht mehr vor dir? Doch, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ach so, dann ist er immer noch vor dir. Wollte gerade sagen, wofür wird er den Allerweißen Faden vor dir sein? Bloß weil du etwas nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Boah, er ist ja philosophisch hier. Genauso wie er bei H-P- Bei Elisus hier weiß es hinter dir ist. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh nein, nein, nein. Kommt da rum, ey. Ich habe fast eine Palme mitgenommen. Ja, der hat am Schrungen, okay. Nein, wir waren nur beim Lenken. Okay, okay, okay. Wir wollten nach der schnellen Gerade halt da rumkommen. Der untersteuert da halt so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Da kommen dann die Palme dann halt schon mal ein bisschen näher. Ich musste sie dann auf der anderen Seite ausweichen. Von der anderen Seite begutachten. Weil ich dazu nicht rumgekommen bin. Hat da aber auch nicht mehr Polygone gehabt, oder? Nein. Farbe war auch nicht anders. Ja. Du donk, donk, rutsch. Ich habe zwar die Wand geknutscht, bin aber noch heil durchgekommen. Na, immerhin. Hirscher, geh weg. Du kommst mir zu dicht. Was, ich sehe dich noch nicht, außer auf der Karte. Ja. Wenn ich dich auf der Karte nicht mehr sehe, dann ist das ein guter Abstand. Ja, dann lass dich nur zurückfallen. Ich wollte gerade sagen, hinter mir. Oh, ja. Dichter hätte ich es auch nicht machen können, da vorbeizufahren, ne? Probierst du an der nächsten Runde mal dichter aus? Nee, dann ist es wirklich ein Unfall. Ja, deswegen. Ja, nee, nee. Ja, doch, doch. Nicht, wenn ich vor Kirsche bin. Dann will ich das mal möglichst hinfügen. Kirsche, jetzt überhol doch, Dennis. Ich würde das mal Jonath überholen oder einholen. Alter, bleib doch stabil, wenn ich hier runterfahre. Was soll denn das, ey? Ich hab auch wieder getrostet, das durchgekommen. Oh, bei mir hat das erstmal gezeitlich was. Oh, 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 aber ich bin noch heil durchgekommen. Auch wenn das Ganze eine Schlenkerfahrt war vom Feinsten. Ja, ja, das ist unangenehm. Nicht driften, das ist nicht Underground. Wie, bekommt man keine Driftpunkte? Nee. Wie denn auch meine Zeit drauf addiert wird? Hab ich bei HP2 noch nicht gesehen. Also abaddiert wird, wenn es raufaddiert wird, wäre ja doof. Das wäre natürlich abaddiert. Subtrahiert, dann eben, Mann. Aber P2 ist abaddiert. Ist halt neu. Wir sind gestern in Underground 1, sind wir noch im Luftrennen in der Stadt gefahren. Und was sagen die Cops dazu? Ja, die Cops gibt es hier in Underground. Ja, die haben Angst vor euch. Die haben es schon aufgegeben. Ich war echt überrascht, dass das geht. Was, dass die Cops aufgeben? Ja, wenn ihr so fahrt, da. So chaotisch, wie es wahrscheinlich war. Oh Gott. Auto. Bleib. Gerade. Ja, das ist auch wirklich komisch für die Strecke, da sind gar nicht in der Stadt so für geeignet sind. Ich glaube, gern bei Bauernbrüsten und so, ne? So. Aber ich war überrascht, dass das geht. Ich dachte, dass ein Auto auf einer Stadt drifft. Nee, dass du ein Drüsten gefahren kannst in der Stadt. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Uff. Er wollte nur witzig sein. Ja. Er hat versucht, witzig zu sein. Ich hab ja gesagt, er wollte. Ich hab nicht gesagt, dass das war. Muss ja nicht immer gelingen, ne? Mann, wann gelingt's dir denn? Oh, jetzt bist du aber gemein. Kennen wir doch schon. Ja, das stimmt. Wann sind wir denn nicht untereinander gekommen? Ach, wir sind immer lieb zueinander. Also anderes kennen wir ja doch gar nicht. Ja, man muss die Wand was halt regeln, dass du da rumkommst. Anders geht das mit dir. Ja, nochmal überschlagen, ja. Das ist das falsche Spiel. Ja gut, so gut wie in 2 geht's da auch. Oh Gott, Otto. Diese Abkürzung ist auch ein Abenteuer mit dem Ganglo. Aha. Ah, ja, für mich war es jetzt ein Abenteuer. So, Kirsche, jetzt hast du mich. Wobei gut, wir können ja auch abkommst. Man könnte auch abkommst, wenn man Antibone 2 als Maßstab nimmt, dann könnte man sagen, man kann die Gartel bei dem Spiel wollen. Der Underground 2 ist der Wohlreiz-Simulator. Sehr gut, jetzt geben wir uns gegenseitig Windschatten, bis wir Demon wiederhaben. Ja, schön wär's. Ja, leider aus dem Support. Ich weiß, wär's mütig. Wir sollten mehr Spiele Windschatten unterstützen. Das wär geil, Harpkid 2 mit Windschatten. Ich wollte das total feiern, ehrlich gesagt. Ja. Dann komm, du komm, du komm, du komm, du komm. Jetzt seh ich so aus, als wenn ich das kann. Ja. Jetzt, wenn man es jetzt könnte, bräuchte ich mir jetzt mal noch. Man müsste dann auch Rehearse-Engineeren können. Ja, eben. Ja, da haben sie aber trotzdem schon eine Menge mit hingekriegt. Und Auto, dreh dich doch nicht auf die Seite. Mann. Ja, da war gut aus. Boah. Ja, ich war so schön durchgekommen, die anderen beiden Runden. So relativ. Dem Auto musst du echt arbeiten, ja. Ja, das ist... Hast du die anderen alle auf Automatik, auf Autopilot oder was? Alles gescriptet. Der fährt halt dann nicht selber. Dann musst du dir eine bessere KI mal zulegen, dass dir dann nochmal Kirsche schlägt, wenn du schon sowas machst. Ja. Dann musst du immer mit Kirsches Replays trainieren, dann wird das vielleicht besser. Bei der KI von diesem Spiel wäre ich ja... Ja, vielleicht mit das Welt. Hast du ja wahrscheinlich auch selbstgecoded, Mensch, und nicht die KI vom Spiel. Achso. Wissen, ah, ich muss dir mit Kirsches Replays mal trainieren lassen, dann wird besser. Ja, so ein Gummiband-Simulator hat auch was. Ja. Können wir das mal nicht hier bei den menschlichen Spielern auch einfügen? Dass man dann so, äh, weiß ich was, beim Haar-Boost bekommt? Ja. Äh, Auto! Wo willst du hin? Diese Möglichkeit gibt es tatsächlich. Also bei Need for Speed 2 gibt es das und bei Gersgas, das gibt es auch eine Option. Das, äh, hinterliegende Fahrer ein bisschen mehr Need for Speed 2 geben und so. Hm. Ist aber optional, halt. Ah, bei dem Ausgang untersteuert er nicht ganz so sehr, wenn man in den vierten Bediener und dem Moment runterschaltet, dann kommt der da ganz gut rum. Wobei, bei NFS 2, ich weiß zwar, dass es die Funktion gibt, aber es ist... NFS 2, ja, das ist diese Handy-Clip-Option da. Aber hier ist, äh, wenn das an, weiß man noch nie irgendeinen großen Unterschied dabei ausgeschlagen. Oh, doch, doch, ja, da ist ein Unterschied. Ganz dagegen, die KI mal testen. Ja gut, bei KI, da könnte man ja sagen, okay... Naja, du, naja, du hast halt wenig, du hast zum Beispiel auch Pro-Wing-Grounds dann weniger Top-Speed. Ach so, ja gut, das, äh, könnte man tatsächlich testen dann, ja. Gefährst du mich dann nur noch 360 statt 300, statt 373. So, damit ist der Vorsprung wieder weg. Ja, das war ein erfolgreiches Run, tatsächlich. Oh, du hast ja noch einen Ge-Minuten-Vorsprung, also, was kümmert es dich? Na, Minuten sind das wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß es gerade gar nicht, ich müsste mal, na? Nee, glaube ich nicht. Na, Minuten war wirklich nicht. Ich bin jetzt echt schon fast so weit zurück wie in Dirt, oder wie? Hast du denn immer noch kein neues Lenkrad an die Schaft, Tomete? Amtuell noch nicht, aber ich komme ja auch so langsam, äh, also ich sag's mal so, mein, beim letzten Renntag war ich wesentlich besser als, äh, beim vorletzten. Du hast es geschafft, innerhalb der drei Minuten noch ins Ziel zu kommen. Das ist schon mal ein Fortschritt, ja. Ja, das, äh, da war ich die, äh, den Renntag davor war ich da weit von entfernt. Ja, ja, das stimmt. Aber glaub mir, ein besseres Lenkrad wird dir trotzdem helfen, weil das sieht mich immer noch komisch aus, das sieht mich immer noch komisch aus bei dir, wenn du eine gerade Streck hast und ungefähr zickzack. Das war auf Stevie aufgefallen. Warum hat Stevie eigentlich das Kanix, äh, den Kanix-Skin? Geht der ja nicht Tromete? Ja, ja, aber das Renntag wollte, dass diesmal mal Stevie den fährt. Glückwunsch, du bist Zweiter. Oh, aber Rundenzeitenmäßig haben uns ja kaum was gegeben. 14 Sekunden. Ja, wobei ich nur in der letzten Runde dann irgendwann mal, äh, schneller geworden bin. Ja, du warst alle Runden, die gleiche Geschwindigkeit, also konstant. Plus, minus eine Sekunde. So, iiih. Oh, den Vogtel fahr ich den. Hiiiih. Ja. Fahr ich den Automatik? Ja, eigentlich besser mal nur den, ne? Mit dem Auto machst du Konkurrenz mit den Nacktschnecken, hä? Naja. So langsam sind die Schnecken jetzt auch nicht. Den roten, schwarzen oder den braunen? Der war gut, der war gut. Der war gut. Der war echt gut, ja. Der war jetzt echt gut. Wahrscheinlich sind Kirsch das Rote so schnell, ja. Ach ja, diese ominösen roten Nacktschnitten. Ja. Es gibt ne Menge Rote. Hä, wie kannst du so viel langsamer sein? Wer ist denn das? Tomele. Tomele, wie kannst du so viel langsamer sein? Beim Start, einfach nur Vollgas. Mit, mit einer Automatikschaltung. Ich fahr auf Automatik und bin so an ihm vorbeigezimmert. Ach so. Entweder dein Gaspedal geht nicht oder du hast Kostrasco losgelassen oder bist du unter die Bremse gedrückt oder irgendwas. Aber normal war das nicht. Ne, das war auch nicht dabei. Ich glaub du brauchst auch mal ein neues Lenkrad. Ja, aber was war's? Äh, das ist extrem peinlich. Ich hab, äh, ich wollte auf den Drehzahlen besser gucken, hab aber auch auf den Tacho geguckt. Ah, du hast vergessen zu schalten oder sowas. Ja, nicht vergessen. Ich, äh, ist weiter, als ich es erwartet hab. Ach so, weil dann falsch in den Tacho geguckt hast, hast du nicht geschaltet und dacht, du darfst noch umdrehen oder was? Genau. Hahaha. Ist ja geil. Die Drehzahl geht aber auch nicht hoch. Hahaha. Was soll das denn hier, Garde? Wenn wir gedacht haben, das ist aber ein langer erster Gang, das war ein Tacho. Ja, aber genau so. Boah, der Boxing ist aber schlecht übersetzt, der hat den ganz schön mangeln ersten Gang hier, ey. Oh mein Gott, ey. Hm, okay. Das schien um der Wasser zu ungefähr. Nein. Aber die manuellschaltung ist bei dem wahrscheinlich wirklich besser, wenn, weil wenn ich sogar nach dem fehler, dann schaffst du die wie einzuholen. Ah, ich glaub, ich bin im falschen Gang. Ich war da jetzt sehr unsicher. Aber wir haben sehr oft vier Runden heute, kann das? Wir haben was? Sehr oft vier Runden heute. Ja, es sind vier, äh, ja, einige vier Runden vielleicht. Nö, die anderen haben wir drei, fünf, drei, fünf. Ja, ja. Ja, steht vier. Naja, gut, so gesehen, ja. Das sind zwölf, das ist schon irgendwie. Also die vier bleibt's. Ja, so ein bisschen schon. Die ganze Zeit voll was, ey. Außer wenn wir rechnen in einen Sprint noch mit da rein, dann passt das nicht mehr ganz so. Ja, natürlich, weil ich da mal so eine Schaltung hab. Wusch. Da war der Wusch, Wusch. Der Wusch. Du musst mal da neben dem Bummbaum nehmen. Nee. Den Bummbaum. Nee, den möchte ich eigentlich vermeiden. Oh. Da kam es doch besser raus. Oh, ich kam echt gut durch, aber zum Ende hat es nicht gelangt. Da bin ich dann, musste ich runterschalten, wenn ausgebrochen. Hat es nicht gelangt? Das war knapp. Wie viele E's waren da hin? 42. Das waren präzise 42 E's, zähl nah. Ach, jetzt fällt der auch hier links. Da hab ich denn was... Ah, nee, hier ist der Wusch. Nein, 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 der Wusch ist an der völlig falsche Stelle, gedanklich. Ich probier's nochmal oben. Du probier's nochmal oben, na gut. Dann fahrt du das mal extra schnell hier unten. Ja, ich hätte nicht mehr in den Treffen schalten dürfen. Der hat jetzt hier tatsächlich immer so langsam angeflebt letztes Mal, aber war er wohl doch nicht. War er wohl dann doch nicht. Na gut, dann lass ich dir jetzt erstmal den Vortritt. Ich genieße meine 5 Meter Vorsprung. Oh, es war ein bisschen sehr eng genommen. Aber wie macht es? Der Wusch Wusch? Wusch. Hier ist Tiki, ihr solltet den Soundtrack reinmotten bei dem Wusch. Du kannst es da auch in der Videorolle reinführen. Ach, komm, Soundboard hinstellen und dann währenddessen die Taste drücken. Das kann nicht wahr sein, ey. Doch, kann wahr sein. Wieso hat er da diesmal so untersteuert? Das hab ich nicht verstanden. In der ersten, nee, in der zweiten Runde da, in der ersten Runde hat er das nicht gemacht. Aber ich bin da auch noch keinmal, also von den paar, ne, wohl schon. In der dritte Runde schon noch keinmal durchgekommen. Also richtig zumindest nicht. Er schwört auf seine Vollzabkürzung. Das scheint gleich zu schnell zu sein. Ja, den Eindruck hatte ich nach der ersten Runde zumindest auch. Und da ich so selten unten lang fahre und nicht genau weiß, wo es da lang geht, auch wenn es nur eine Kurve ist, dachte ich mir, bleib ich, äh, Kirsche, bleib bei deinen Leisten, dachte ich mir. Und ich glaube, du nutzt die Gänge etwas besser als ich. Oder fährst du alles durch die Krierten? Das ist jetzt alles vierter. Achso, dann war ich schlechter gefahren, scheiße. Oh, wenn die Automatik mich auf den fünften setzt, kommst du mir nämlich auch ran. Oh, wieso? Ich bin wiedergegeben, die Wand unter dem Steuer, das ist so unglaublich. Das haben wir nicht durchgekommen. Ich bin im vierierten geblieben, weil es nicht ob es gut war, aber ziemlich tief zwischendurch. Der Netcoach hat gesagt, du bist gegen Live-Planke geknallt. Ne, das definitiv nicht. Ja, der Netcoach hat gesagt, du hast. War sogar eigentlich nett, ich bin mir nicht sicher, ob dauerhaft vierter Gang richtig war. Ich habe da mal einen dritten runtergeschaltet, aber ich konnte den Schwung nicht aussetzen, weil ich ja jedes Mal in den letzten beiden Runden gegen die Wand gefahren bin. Da war es nämlich keine Netcoach-Sache, aber es ist leider die traurige Wahrheit gewesen. Manchmal hat der Netcoach auch recht. Kisch, 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 was soll das? Ja, ich will auch mal nicht letzter werden. Ja, gut, das war's. Ich habe hier einen dicken Fehler gebaut. Viel Spaß. Warum auch immer genau in der letzten Runde ich so einen dicken Fehler machen musste jetzt. Ja, shit, das hätte ich echt enger schaffen können. Nochmal die scheiß Leitplanke da bei der Abkürzung. Das hat jetzt echt keinen Sinn ergeben. Na gut, das waren jetzt drei Sekunden oder was? Ja, gönn's mir doch auch mal. Nö. Ich gönne dir doch auch, dass du manchmal in NFS4 besser bist als ich. Ja, er hat nur gesagt, er gönn's dir. Er hat nicht gesagt, dass es passieren würde. Das ist halt die andere Sache. Ja, zwei Sekunden nur. Eineinhalb eigentlich nur. Ja, ich wollte eigentlich noch dünner halten, aber naja. Das hätte ich auch schaffen können. Das hast du von den 14 Sekunden. Jetzt habe ich von den 14 Sekunden wieder eineinhalb abgeknabbert. Ja, das möchte ich aber nicht. Oh, und jetzt noch mehr Tropical Senses. Oh Gott, das will in diese Kiste. Ja, besser als... Können wir nicht den anderen Ferrari fahren? Ja, würde ich sehr gerne. Na gut, bei Speedlimit 35 schafft er wahrscheinlich die Kurven. Ja, das ist 35 MpH. Warum wählt hier schon wieder Tomete kein Auto aus? Weil ich es nicht gesehen habe, dass Tion hat gewählt hat. Tion hat, du musst warten, bis Tion fertig geladen hat. Kann ich die, kann ich die gerne wählen? Stimmt, Tion kann es ja mit seinem langsamen PC gar nicht sehen, wenn er einen Lassen auswählt. Nein, 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 nein. Ja, ich habe es doch schon Gas weggenommen. Der Untersteiger da trotzdem gegen. Alter, dieses Auto ist schon... Ja, sehr spannend. Ein Fall für die Klappsmühle. Ein Fall für die Schrottkasse, ja. Das war eine eindeutige Fehlproduktion von Ferrari. Fahrt du und Kirscher mal eine suchen. Wir fahren hier während des Rennen zu Ende trotzdem. Guck mal, da kommt es ja noch nicht mal die Vorwürfung, ne? Das bist du ja gar nicht. Suche nochmal, Kirscher. Ich habe schon gesucht. Nein, das glaube ich dir nicht. Wo andere Autos Vollgas rumkommen, muss dieses Auto Gas weggenähen. Alter, was soll das jetzt Auto? Also es ist definitiv der schlechteste Ferrari im Spiel. Da kann man nichts Ihnen sagen. Ja, mit Abstand. Jetzt bin ich ja fast überzeugt davon, dass der 360 eine bessere Rundenzeit schaffen würde, als das Ding hier. Also wenn du irgendwie eine Rundenzeit schaffst, dass du hier eine Runde lässt, dass du dich sehen. Ja, ist hier eine Rundenzeit absolviert? Ja, in dem Fall halt eine Sprungzeit. Oh Gott. Ach, durch meinen Unfall habe ich die Abkürzung besser bekommen, als hier. Bitte. Der erste kann man uns schon mal mit dem Abwenden. Das geht auch schon jetzt. Ja, ich habe keine Ruhe gehört. Du bist so weit weg. Der ist nicht weit weg, du kannst die Ruhe nicht gehört haben. Ich bin genau, ich fass genau so am Hacken, der hört die Ruhe nicht. Vielleicht sind hier die Progebungsgeräusche abgesteht oder so. Ja. Ne, ne, ich höre sie aber statt hier. Hup lauter. Harte dich da ran, damit du besser hupen kannst. Oder mach am besten den Motor aus. Geh in den leeren Lauf, dann hört man die Hupe deutlicher. Dann kannst du ja machen, dein Motor ist wahrscheinlich das Problem. Ja, das sehe ich auch so. Können sie beide machen. Ah, mein Leerlauf klemmt. Na klar. Das möchte ich dann nächste Runde auch, ja? Dass dein Leerlauf klemmt, aber so, dass du nicht rausschalten kannst aus dem Leerlauf. Ich fahre gleich im Ersten los. Nein. Die Hupe-Sound, die kannst du dir auch gegen einen Andy-Sound tauschen. Ja, aber warum sollte man das tun? Eddie liebt's. Wenn's nach ihm gehen, soll er gut jedem Spiel sein. Hätte ich halt gegen. Das wäre natürlich gar nicht mal verkehrt. Es wär sogar nice. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, oh. Was sollst du mich verarschen, Auto? Oh man, ich dachte, du fliegst ab, dann bin ich fast selber abgeflogen. Jetzt endlich sind wir genau beide gleich scheißgut durchgekommen. Also scheißgut durchgekommen. Ich hab das scheißgut. Ja, ja. Ich hatte ein scheißgut gehabt, dass es nicht schlimmer geworden ist. Ja, ich auch. Ich hab mich so gefreut, dass du gleich abfliegst, dann bin ich selbst was abgeflogen. Ja, die Hütte, die hat mich hier wieder richtig rumgeleitet. Verdammte Misthütte. Ja. Aber die ganze Zeit geht's gut und jetzt überholst du die nicht, oder was? Ja. Und das war doch scheißgut. Oh Gott, oh Gott. Wie viel Gas muss ich denn hier wegnehmen bei dieser leichten Kurve? Alles. Au. Einmal bis auf null runterbremsen, wenden, weiterfahren. Wenn? Ja, aber wenn? Na ja. Macht Stevie auch noch einen Fehler und ich, äh, kochiere den einfach. Die Aufhängung ist ein Risiko bei dem Auto. Denkend ist ein Risiko bei dem Auto. Alter, was ist denn bei dem Auto kein Risiko? Am besten am Start einfach Motor ausmachen, Handbrüse anziehen und stehen lassen. Ja. Und zu Fuß gehen. Welches Getriebe dienten wir bei dem eigentlich? Das Schnelle. Das ist lange. Och Leute. Ich hab das schon manuell. Ich hab das Auto markt, so geht's lieber bei dem drin. Wirklich? Okay. Jo. Jo. Mit dem quäl ich mich nicht auch noch mit manuell ab. Das Auto ist so schon schlimm genug. Du machst Ferrari immer manuell, was? Äh, automatisch. Bin durch die Palme geglitscht. Wie geht denn das? Ne, den 360 fahr ich manuell. Ja, das wär auch komisch, wenn ich... Ja. Aber ja, die anderen beiden, die fahr ich. Divi hat die Palme ganz verfehlt, dabei hatte er zwei zur Wahl. Ich hab die Palme mitgenommen, aber ich hab mich dabei nicht überschlagen. Ich bin sehr enttäuscht. Nicht mal das kriegt das Auto hin. Dadurch, dass ich die Palme erwischt hab, kriegst du sie noch zehn Strafsekunden. Mann, ich bin irgendwie halb durch die Palme geglitscht, obwohl ich gerade zu durf bin. Ach, die zehn Strafsekunden wären genau das, was gebraucht, wenn du vierter bin. Nicht mal überschlagen kann das Auto. Also ich muss mich echt mal bei Ferrari überschweren, ey. Wieso waren das jetzt so viele Sekunden noch? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, was kommt denn jetzt Tolles? Ne Strecke. Uh. Ne, ja, ne Scheißstrecke. Aber ein tolles Auto zu... Ne, aber die... Na gut, die Kombination passt. Die Kombination ist ja... Aber diesmal hab ich's gesehen. Oh, mein Gott, schade. Ich hab extra gewartet ein bisschen. Ach, bei der längsten Strecke schafft Tomé das PC ist das oder was? Achso, du hast gewartet und das Ding. Achso. Ach, drei Runden. Das ist bei der Strecke die vier Runden. So lang wie die ist. Oder acht Runden Alphain. Ja. Ja. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist denn da gegen gefahren? Entgall. Jonas wollte hier abküssen gefahren. Der wollte jetzt nur die Landschaft ein bisschen länger genießen. Wollte mal gucken, wie der Eingang von der anderen Seite aussieht. Und, die sah ja von der anderen Seite aus? Beschissen, man kam schlecht rum. Das macht die Häuser nicht hässlicher. Aber auch nicht hübscher. Nee. Obwohl, wenn du nicht rumgekommen bist, dann kann das nicht passieren. So dagegen feist das auch, dann ist es hässlicher. Da war eher eine Wand im Weg, anstatt ein Haus. Ja, wenn du ordentlich schweifst, dann gibt es die Wand auch irgendwann nach. Guck, bei dir ist die jetzt nicht. Ja, äh, bei HP2. Nee. Das ist wohl nicht. Oh mein Gott. Wenn mein CLK haben, der untersteuert, nicht so viel. Was bei der Strecke? Okay. Hupen hat gebracht, Turneter. Was hat's gebracht? Du bist gegen eine Wand gefahren. Ich hab die Hupen allerdings auch nicht gehört. Aber die Hupen kann das vielleicht sogar tatsächlich da verliegen. Das ist die Musik, das ist natürlich. Ach ja, dann sieht man es mal. Deine Autofarbe kostet schon zu meiner Strecke-Texturierung hier. Ja, Camouflage. Wenn er dich aber noch sehen kann, scheint es nicht gut genug zu sein. Ja, es wird halt noch sehr nah dran. Meine Autofarbe kostet mein... Was ist denn da für die Runde? Fast gedreht, fast gedreht, keine Ahnung. War schön stylischer Drift auf jeden Fall. Ja, aber war nicht gewollt. Was für eine Autofarbe hat denn dein Fahrstil? Der Fahrstil? Ja, hat er gesagt, der passt zu seinem Fahrstil, seine Autofarbe. Okay. Der ist halt Cut-Bone, ne? Achso. Ja, vielleicht flutscht du denn besser an den Wänden lang. Also wenn ihr irgendwo komische Schmierereien an den Geländern seht oder an den Leitplanken fahrt, dann lieber nicht lang. Ja, genau. Ja, ich hab'n Bio-McLaren, meiner's grün. Wie kann meiner eigentlich zur Umgebung passen? Das ist pink. Ja, ich hab' aber lila nen Himmel. Ach, zum Himmel, okay. Ja, deswegen kann er mich noch sehen, ich fahr' ja auf'n Boden. Und dadurch ist ja auch das Lighting entsprechend. Ich dachte, du bist total der Überflieger hier, Kirsche. Ja, den Cheat für Fliegen kenn' ich noch nicht. Ach, Mann. Und das als Überflieger? Ja. Ich zeig' jetzt Kirsche gerade mal noch, wo es lang geht, ich glaub' wir das vergessen. Hörst du wenigstens meine Hupe, Stiggy? Okay. Hat das gereicht? Hat das gereicht? Ja, danke. Ja, das ist ein Mini-Ding-Sie. Ja, so ein Mini-Fehlerchen. Ja, da vorhin auch nur ein Mini-Driften, aber die mir noch einmal wieder vorn. Ja, Driften macht ja noch Sinn, aber Mini-Ding-Sie? Ja, ein Drift ist ein Spezialfall von dem Ding-Sie. Ja, Mini-Ding-Sie gegen Zaunie. Ja, Mini-Ding-Sie gegen Zaunie. Ja, Zaunie. Was hast du gegen Zaunie, hä? Der hat mein Auto in die falsche Richtung gedreht. Da war vorher Tomete noch nicht dran, sonst wärst du weitergeflutscht. Sorry, Digo. Nein, nein, warum legst du ihn auf einmal gut? Er will lieber ein schlecht denkendes Auto haben. Ja, dann hätte er den Parkett aber noch nehmen sollen. Ja, das Problem ist, das kam es unerwartet und dadurch war ich bis zu weit in gewesen. Man kann's diesem Auto auch nicht recht machen. Man kann's dem Fahrer nicht recht machen. Den sowieso nicht. Nee, du musst das jetzt nicht Dennis über den wieder reden. Ja eben. Doch, doch, natürlich. Wenn ich den F50 gib's, dann ist alles gut. Hat man vorhin gesehen, wer da noch wegträgen. Ja, wollte grad sagen. Ja, den waren wir ja nicht auch auf Fantasy Island gefahren. Also, da bist du dann doch wieder nicht zufrieden. Da sind wir wieder beim Thema. Das ist dem Fahrer nicht recht. Die Sache ist halt, er hat einfach seine besonderen Wünsche. Er will halt die auf der Strecke. Das sieh ich, ja. Ist doch auch sowas von wählerisch, ey. Na klar. Einfach weniger Mini-Dingsis. Dafür mehr Mini-Drifter. Oh, Maxi-Dingsis. Oh, Maxi-Dingsis. Maxi-Dingsis. Alter, das kann echt nicht wahr sein. Ich hasse es. Wie das? Hast du den Eingang nicht bekommen oder was war das? Ach, dieses komische... Ach, diese komische Mauer da. Keine Ahnung. Diese Doppelkurve, das ist doch am Ausgang. Dieses Stück Mauer-Dings da. Ja. So gedreht dann da. Mauer, sehen Sie? Und das hab ich halt mitgenommen. Weil der untersteuert hat die Sau. Also alles wie immer mit dem Auto. Ich dachte, das ist doch ein Mütlingskarree. What? Ja, im Wald schon. Im Wald, ja. Im Wald ist er gut. Ey, komm. Ich mach das nicht noch unnötiger aus, so. Alter, was ist denn diese letzte Runde hier für den Mist-Tackel hier? Also die letzte Runde, ne? Die sollten wir häufiger haben. Mein Gott. Na, Kirsche auf. Na gut, ich hätte auch grad'n beinahe Flug, aber hat letztendlich kaum Zeit gekostet. Naja, ein bisschen. Na, nicht viel. Aber hätte halt eben auch dumm enden können. Warum hat das nicht dumm geendet? Weil ich geschickt reagiert habe. Warum machst du sowas? Mit aggressiven Gegenlenken und total feigem Gas wegnehmen. Warum machst du sowas? Ja, weil ich den Crash vermeiden wollte. Einfach Vollgas bleiben, in die gleiche Richtung lenken, in die du sowieso schon abfliegst. Ja, das macht man echt häufig einfach. Aber es ist selten gut. Oh mein Gott, wie weit weg du jetzt bist. Ich hör' dich, als wärst du direkt neben mir. Ja. Das bezweifelt. Ja stimmt, wenn du direkt neben mir wärst, würde ich dich schlechter hören, weil dann du durch den Kopfhörer sprechen müsstest. Oh mein Gott, ey. Ach komm, was ist denn das mit dieser letzten Runde, ey? Konzentration, Lesnar. Jetzt schon? Ja, anscheinend. Bei ihm, meine ich. Boah, ey. Wie viele Sekunden ich jetzt weg bin, Alter. Kann das doch echt nicht sein. Ja, die Runde hat gescheppert. Ja, eure Probleme hätte ich jederzeit verzeiht. Boah, ey. Ja, keine Chance gegen... Die liegen, die liegen aber diese Truppen nicht. Naja, das weiß der eine Fähre. Die schocken doch sowieso nicht. Ne, die Truppenstrecken, die kann ich absolut nicht. Wie viel langsamer war man in der letzten Runde, Kersche? Kannst du mir das gleich mal sagen? Äh, gleich. Jetzt noch nicht, aber genau, ja. Das war bestimmt 15 Sekunden oder so. Okay. Hört sich... Ja gut, eigentlich im Wesentlichen ist es direkt die Differenz. Denn davor waren wir die ganze Zeit zusammen. Und dann war es ja nur die letzte Runde, wo du dann abgerissen bist. Mein Gott, das war aber auch echt grausam, die letzte Runde. Ach, und das war mit dem Zimmer. Der Sieg gehört dir. Ja, 2... 45 war die erste, 41 die zweite und 50 die dritte. Also 10 Sekunden knappe. Ja, super. Ganz geil. Ich brauche mehr Konsistenz gegen dich, so bringt das nichts. Okay. Nächste Strecke. Nationale Wälder. Ich glaube... Ja doch, das lasse ich auf Automatik. Echt? Achso, macht niemand glaube ich auch manchmal, ne? Aber ne, ich mach den immer neu, glaube ich. Boah, ist das warm mit dem Zimmer hier, so unglaublich. Du brauchst einen Ventilator. Ja, der wäre jetzt hilfreich, aber dann wird sich mein Mikrofon wahrscheinlich freuen. Ja, da nehm ich keine Rücksicht drauf. Man könnte hier so ein Stativ haben, wo sowohl ein Mikrofon als auch ein Ventilator dran ist. Ja, ich glaube ein bisschen wieder ein Ventilator. Genau. Das ist ein Ventilator, der direkt aufs Mikrofon pustet. Super plan. Dann hörst du noch so... Der Ventilator rechts am Stativ. Ja. Ja, aber... Wie lange... Aber du musst ja trotzdem gewisschen Abstand halten kannst, oder? Hä? Ja, du hast dann vielleicht doch auch so ne Haltung oder so, dass du so ein bisschen Abstand hast, aber... Oder zwei Stative. Dass wir so... Weiter als 20 cm oder so ist, meinen, der ist auch nicht entfernt. Boah. Oder einfach gar kein Stativ. Einfach wir klein auf den Boden stellen, fertig. Oh, da tustet er, was da im Ventilator ist. Ja, USB halt und äh... Am Monitor angeschlossen, ne? Ein USB-Ventilator, der bringt ja auch nicht viel. Der Ventilator am Monitor angeschlossen, das ist auch gut. Ich hab auch mal so ein Ding gehabt, das bringt ja nischt. Aber dann boostet er echt von vorne ins Mikro rein, das ist glaube ich suboptimal, oder? Was willst du aber bei dem 5 Volt doch erwarten? Naja, also... Also für mich reicht's tatsächlich. Na mal sehen, wie viel... wie viele von diesen Dingern hast du denn? Einen. Okay, voll tut sich, okay. Und 10 Stück. 10 Stück, genau. Um den ganzen Monitor rum. Er hat sich so, 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 so'n USB-Hat da geholt. Ich brauche einen Monitor mit 10 USB-Anschlüssen, fragen Sie mich warum. Hallöchen, ich wollte noch mal einen Monitor haben, sind da 10 USB-Anschlüsse. Was? Ja, 10 USB-Anschlüsse. Äh... Hier, äh, Demon, aber in der letzten Runde machst du dann wieder wie vorhin, oder? Ne, hatte ich nicht vor. Du hast genug Vorsprung. Du musst. Aber in der dritten machst du das, so wie vorher auch in der dritten. Ah, kann man auch machen. Nächste dazu sagt er nicht nein. Er überlegt noch. Fängt ja auch gerade erst an, oder bald die dritte. Fängt ja jetzt schon die dritte Runde an? Nein. Ja, ein bisschen komisch. Auf dem Wald sind wir. Ah, du bist ja da dahinter. Deswegen fand ich das... So schweeweiß, das sieht man gar nicht. Bisschen merkwürdig. Alter, was ist das für ein blaues Licht denn die ins Auto? War das schon die ganze Zeit? Blaulicht durch den Kopf. Es sieht aus, als hättest du ein Blaulicht, aber da, wo das linke Rücklicht sein sollte. Es leuchtet richtig. Entweder das ist eine kranke Reflexion, aber, hä? Nach einem Video mal gucken, ob das die ganze... Ah, jetzt war die ganze Rückseite. Es war eine Reflexion, glaube ich, ja. Ah, jetzt auf der rechten Seite. Ich bin korb, ich hafte dich jetzt. Ja, da musst du erst mal hinter mich fahren. Ich kann mich auch ausbremsen. Ja, stimmt. Los, brems doch. Ohne Kollision, das ist für ein bisschen schwierig, ja. Ja, mach, mach, brems. Vielleicht bremst du trotzdem aus Angst. Probier's doch einfach mal. Ach, fuck das. Äh. Nix was mit 1, muss ich gehen. Das ist zum Meter. Nur noch habt ihr eine Abkürze von uns. Und für die sind es so aufwendig. Die, die nicht abkürziert haben. Wie? Bei den langen... Kurven? Okay. Okay. In Runde 3. Spontan vergessen. Ja! Ach so, weil... Nein, ich wollte nicht. Grund, weil es so. Wolltest du Miete nur vorlassen. Ah, das war zu viel Glück. Der ist die ganze Zeit schon vorne. Ach so, dann weiß er nicht. Dann hast du gedacht, du hast ihn doch gesehen. Du willst den nicht mehr sehen. Richtig. Du kannst ihn einfach wirklich ansehen, ey. Wenn's dir das, äh, verlieren Wert ist, dann... Ach, du Gott. Ich glaube, ich darf nicht leben. Oh Gott, komm doch, warum, ey? Bist du denn so schlimm aus, Tomete, dass man dich nicht ansehen könnte? Bist du wieder Kackbraun? Bist du... Bist du... Aber dafür darfst du dir, die kommt schon wieder näher, ey, so... Anni, ich seh' dich nicht. Ich seh' dich zumindest zur Klase. Ich seh' gar keinen. Doch, zwei Rad... Also in der obersten linken Ecke waren grad zwei Punkte. Also ich seh' einen etwas ovaleren Punkt. Also genau genommen sind das Demon und ich. Deswegen. Ja, das stimmt, äh, hier war's ja gar nicht, äh, so extrem gut. Also du wohnert jetzt. Hier bin ich weder extrem gut noch extrem schlecht. Darum fahr' ich immer alleine irgendwie. Oh mein nein. Ja gut, äh, auf der anderen Seite, wenn Pete nicht mitfährt, fährst du den NFSV auch teilweise alleine. Na gut, da bin ich wenigstens erst, ja. Das macht den Unterschied. Ja, ich glaub, selbst gegen Pete, ne? Ja, genau. Fühlst du ja sogar, ja. Naja, ey, nur weil er jetzt auch ne Weile nicht mitgefahren ist. Sonst gegen Pete ist es schon sehr knapp und manchmal ist er sogar vor mir. Oder oft sogar, nicht nur manchmal. Ja, genau. Ihr beiden seid ja echt die High-Stakes-Könige. Wobei Pete ist schlag, weil zumindest so fair, äh, bei ihm der, äh, äh, Steve geht auch nicht, ne? Obwohl es aktiviert ist, äh, sagt Dennis, du sind jetzt nicht. Das, deswegen erkenne ich auch nie einen Unterschied davon. Habt ihr mal den Freeze-Timer runtergesetzt bei ihm? Der mit, mit eher funktioniert, aber eben halt der Auflander nicht. Aber man merkt's doch auch, Steve. Der landet ja immer hart auf. Jo, habt ihr mal den Freeze-Timer runtergestellt, Dennis? Naja, bei ihm ist es ja permanent. Hm, komisch. Das funktioniert bei ihm ja gar nicht. Er müsste ja zumindest ein paar Sprünge hier, äh, durchgehen. Aber nein, das ist permanent. Absolut jeder Sprung ist bei ihm harte Auflander. Hast du es doch aktiviert, Steve? Ja, ja, der Haken war aktiv. Ey, nur in dem obersten oder auch in dem unteren? Nein, Alter. Die Mütärsache klappte ja. Geht ja nur um diese weiche Auflander. Hm, komisch. Aber ich find das schon interessant. Ich find's total kurios, dass es bei ihm nicht will. Keine Ahnung. Das ist aber schon interessant, wie viel das bringt, wenn ich sogar Peach schlagen kann. Aber ich kann da nicht früher tatsächlich. Ich weiß nicht, was da bei ihm steht drauf. Keine Ahnung. Nee, aber das ist schon interessant. Aktiv schalten kann ich's halt nicht. Das ist aber schon interessant, wie viel das bringt, wenn ich sogar Peach schlagen kann. Wenn's wirklich nicht ventiliert. Ja, bei Raceway 30 ist halt auch extrem. Da sind ja so viele ekelige Sprünge drin. Hier, Demon, jetzt crashen langsam mal. Okay? Ja, hier hinter der Ziellinie. Hier, komm, mach ich hier. Oh, ja, das war ein bisschen arg spät. Aber er ist gecrashed. Ja, nach dem Ziel. Na, du hast nicht spezifiziert, wann. Wir hatten gesagt, in der letzten Runde. Das war nach der letzten Runde. Kommt drauf an, wie du's siehst. Da ist die Ziellinie, letzte Runde zu Ende, danach gecrashed. Gibt's nicht so viele Varianten, wie man das sehen könnte. Da steht bei mir immer noch Runde 5 von 5 und ich bin durch. Also bin ich immer noch in der letzten Runde, sozusagen. Eben. Dann läuft die Zeit aber auch noch. Nein, die läuft auch nicht mehr. Ja, dann war's die letzte Runde schon fertig. Nein, es steht immer noch Runde 5 von 5. Ja, dann läuft die Zeit aber auch noch. Nein. Um rechts steht bei dir mit Sicherheit auch Runde 5 von 5. Ja! Auch Rundenzeitsieger gegen Kirsche, yeah! Ja, ich glaub, ich hab die Gänge nicht richtig gemacht. Ach, immer den ersten Gang, das kann ich empfehlen, Kirsche. Ja, beim Start mach ich das sogar so. Nee, beim Start hab ich den zweiten angefahren. Ja, deswegen sag ich's aber, ich hab's auch im ersten hier gemacht. Oh, wir müssen warten, wie's aussieht. Worauf? Auf das Tool. Auf das Auto. Mach's ja. Das Tool macht ein Päuschen. Aber ich sage vorher, es wird ein Walkshall sein. Ihhh! Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder dieses ekelige Drecksding. Nee, dann würde ich dann den hier gleich fahren. Aber danke, dass du mich erinnert hast. Sonst hätte ich den mich automatisch gelassen. Na, du wirst es ja gleich sehen. Du siehst es ja dann noch. Wir müssen halt nur so eine halbe Minute warten, bis das Tool sich entschiegt. Und die Maschine hat unser Auto vorzugeben. Was das Tool wohl macht in der Zeit? Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht, äh, keine Ahnung. Kaffee-Päuschen. Kann sein. Oder es weiß, dass wir manchmal welche haben, die öfter auf Toilette müssen. Also bietet es uns eine Pinkelpause an. Ja, aber dann wird ein Countdown, wann die Pinkelpause rum ist. Ach so. Ja. Du weißt ja nicht. Vielleicht dauert es ja bei dem einen mal länger. Na komm schon. Please. Gib das Auto. Aha. Als hätte ich es nicht gewusst. Du bist so schlau. Ja. Oh, hier Speed Limit 60 sehe ich gerade. Dann fährst du jetzt bitte nur noch 60. Ja. Ich, äh, ne. Speed Minimum ist das, oder? Das ist ein unteres Speed Limit. So, ich hoffe, ich habe meine Karre bekommen, die ich ausgewählt habe. Was hast du denn schönes ausgewählt? Ein TS5. Warum? Einfach weil darum. Ich habe den Mercedes TS5 ausgewählt, aber wie ist der das nicht? Ja. Zumindest habe ich das bei der Ehegetriebe. Das ist schon viel wert. Ja, bei dem Auto auf jeden Fall. Ja, der ist jetzt wieder in der Apocalypse. Jo. Ja, ich muss mir auch irgendwann mal wieder die, äh, Sonderstrecken da holen. Das kann ich dir dann nachher geben. Ja, das wäre nicht schlecht, äh. Ich bin wieder. Weil ich glaube, ein ERP ist das Vertigo Rudge Update drin, deswegen gebe ich die Person hier. Ich weiß nämlich nicht, ob das da schon drin ist. Äh, Vertigo Rudge Update, sage ich schon. Aber es ist halt doch. Das hat sich so ein bisschen aus. Also die Fallwinds halt. Oh, Jonas. Jonas hält sich stark. Naja. Aber du hast Druck von hinten. Wiss ich hier, wie immer die paar, die kann ich, ich ver, ich weiß nicht. Bei dieser Streckenvariation verpasse ich immer die Abkürzung. Oh, das ist gut. Aber echt immer. Aber du bist nicht alleine, da ist noch einer. Ja. Irgendwie habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich schaffte bei dieser Variation immer. Ich glaube diese, weil ich habe hier so eine Schneeausführung und die irritiert mich immer. Ja. Aber ich habe auch Jonas Schneeausführung. Ich habe gerade nicht aufgepasst, das war dumm. Naja, was sonst. Ja, nicht immer dem Jonas nachfahren. Ihr habt hier Schnee? Ja. Jo. Aber dafür fühlt es sich ziemlich warm an. Ja, bei uns ist halt Weltunternehmen. Jo, jetzt werde ich deswegen vierter oder was? Ja, super geil. Ja, das war aber auch dumm, Heinz. Naja. Ja, nicht aufgepasst, was soll's. Noch ist nichts Ende, es kann sich immer noch ändern. Warum? Oh Mann, Unfall. Warum? Weil du gesagt hast, es kann sich immer ändern. Ach so, BOOM. Ich habe bestanden, warum. Nein, 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 nein. Ich sage BOOM und er versteht warum. Ja. Ich habe auch so fucking warm hier, es ist echt schwierig, die Konzentration zu behalten. Wie warm ist es denn bei dir? Ich weiß nicht, ich habe keinen Thermometer, aber... Das soll nicht wissen, aber ohne Ventilator, also, äh, nein. Ja, ich hab dir keinen. Ja, aber ist ja auch quasi, ich meine, so ein Ventilator, der kostet ja bestimmt 20, 30 Euro oder so, ne? Kann sich halt nicht jeder leisten. Ich meine, er hat 25 gekostet. Ja, war meiner Schätzung gar nicht so schlecht. So, jetzt darf nichts passieren hier. Ich meine, der Ventilator ist schon irgendwie, ich glaube, ich würde einfach sterben. Ja! Ja! Tomete Zweiter! Ja. Nicht schlecht. Ich wurde, ich wurde leider noch überholt, obwohl ich Vollgas gegeben hatte. Das ist das dritte Mal im Leben, dass ich besser als die bin. Manuell Schaltung, Stevie. Ja, wenn man dumm ist, hab ich so nicht anders verteilt. Scheiße, ey. Ich wurde dritter, Team. Eigentlich hättest du vierter werden müssen. Oh, das war aber wirklich knapp zwischen euch. Wieso ist Jonathan Fünfter? Was macht ihr da eigentlich? Ach, warum ist der auch außen lang gefahren, ja. Ich bin da. Ich will fahreren, den da durch. Ach ja. Ich würde doch lieber den CDK hier nehmen. Ich nehm den. Ja, also das Rennen war dann doch eine recht positive Überraschung. Ja, ich war auch überrascht, dass ich da so dämlich gefahren bin. Aber gut. Hier haben wir jetzt Schnee. Ja. Ich auch. Aber eine andere Schnee. Ist eure Gelb? Ja. Nee, das nicht. Du musst mal ausprobieren, wenn der Gelb ist. Vielleicht schmeckt der ein bisschen komisch. Weil wenn man reingepisst hat, ja, dann ist der Gelb. Ach, genau. Das gleich wollte ich auch dazu. Deswegen sollst du es ja mal ausprobieren. Deswegen schmeckt der komisch. Nein, 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 au. Das war das. Du hast die Wand kommen sehen und bist trotzdem gegen gefahren oder was? Nein, da kommt die Wand. Ich hab dagegen gelenkt, aber die Karre hat gesagt, nein. Das gegen die Wand, oder? Voll gegen die Wand gelenkt. Das erzähl ich immer noch. Ja, dann noch vom Gas gehen zusätzlich. Dann nennt es auch gleich viel besser. Ich glaube, es gab auch manchmal so eine App, die ist Ho 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 Yellow Snow oder so. Und was macht die App? Es gibt die kuriosesten Apps, wie gesagt. Es gibt eine App, die heißt Nothing. Und ich mach doch genau das, was... Es gibt auch eine App, wo denn... Da ist man tatsächlich ein Weihnachtsfondist im Schnee, also... Oh Gott. Es gibt auch eine App. Das ist ein Flaschenöffner. Dann hast du einfach nur ein Bild eines Flaschenöffners auf deinem Telefon und sollst dann damit eine Bierflasche öffnen. Mit dem Telefon. Hervorragend. Ja. Machst du das nicht sonst auch so? Nein, nein, das könnte klappen, ja. Könnte, aber manchmal kann dir auch unterleidig dein Telefon kaputt gehen. Ja, ja, klar, aber die Flasche geht auf. Ja, aber das ist einfach nur ein Bild von einem Flaschenöffner auf dem Handy. Toll, schöne App. Ja, weißt du, wofür es gab? Da ist. Hat quasi eine Anleitung. Es gab auch eine App, die hieß, die I am Rich und die hat irgendwie 1000 Dollar oder so. Die war ganz schön teuer, ja, ja, ja. Und das Einzige, was die gemacht hat, ist so ein Bild von einem Diamantenbeinzeigen. Mh, war ein Goldbarger gewesen, könntet auch. Und das Perversus noch, es gab eine Lightversion davon, irgendwie 10 Dollar gekostet hat. Aber die konnte tatsächlich irgendwas. Ich hab dich da zu zwingen, kauf dir die andere. Ja, Werbung anzeigen, die tausende Dinge anzuzeigen. Möchtest du nicht die Premium-App von uns kaufen? Also du guckst, nein. Ach komm, hier, die App, die ist doch gerade so toll. Ich will sie nicht. Jetzt komm, komm, komm zu dir. Ja? Überleg doch mal. Die ist doch super. Ja, ich will nicht, hier, ne, diese App da, ich weiß nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, aber die gibt es halt. Mh. Die ganze Zeit so. Nein, 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 was zum... Ja, komm, dreh dich halt weg. Oh, Mann. Wobei, gut, das könnte man auch als Sative verstehen, die App, weil, äh... Es wird hier für eh nicht nutzlose Sachen. Es wird hier noch viel mehrfach verlangt. Und es kommt trotzdem welche. Oh, ich wollte nicht irgendwas, was denn da los ist. Habt eine Salzstange gefuttert und währenddessen Fehler gebaut. Was hättest du davon, einfach nichts machen? Dann bleib ich ja stehen, das ist auch doof. Nein, einfach gar keine Salzstange zu treffen, wenn du so lange am Fahren bist. Ach so, ja, wäre eine Idee. Das Problem bei Salzstange ist aber, sobald eigentlich verwerbt, die zu essen. Dann gibt's kein Ende, oder was? Ja. Ja, man hat eine Kurzzeitsche gesucht. Na gut, das kann... Oh, ich liebe den Song, das ist so gut. Ja. Atomierte, was machst du denn hinter mir? Wo hast du das TV gelassen? Das weiß ich nicht. Ich hab doch gesagt, ich hab mich irgendwas mitgetreten. Was ich hinter dir mache, ist... Wieso hört sie mir eigentlich nicht zu? Hörst du irgendwas? Ich hör da immer so, ich muss das im Hintergrund quaken. Klingt wie ein Ventilator, der ein Mikro bläst. Ja, wenn du löst, dann ist das ja tatsächlich... Ach, geschafft. Oh, okay. Ach, Jodat, mach doch noch meinen Fehler. Das wäre... Jetzt nicht mehr. Dann wäre ich dann das wohl noch perfekt. Warum guckt mich jetzt der Eisbär an? Guck mal, nach dieser weiß-schwarzen Linie mache ich einen Fehler. So, bin gegen die Wand gefahren. Ja, jetzt kann ich auch einen Fehler machen. Sicher? Warst du nicht einen Zaun? Wo bist denn du hier gegen die Wand gefahren? Das will ich sehen, wie du hier gegen die Wand gefahren bist. Jetzt sind hier alle Wände. Ansonsten wäre der Zaun nämlich weg, wenn ich dagegen fahren würde. Nein, das sind die klassischen HP2-Betonzäune. Wir sehen immer nie noch Beton aus. Ja, das ist halt eben... Wer ist das von hier? Der Eisbär guckt mich die ganze Zeit an. Warum macht er das? Der frisst dich gleich. Der mag dich nicht. Nee, glaub ich auch. Vielleicht siehst du aus wie ein Pinguin? Keine Ahnung. Was soll der Eisberge gegen Pinguine haben? Ja, der frisst die doch, oder nicht? Achso. Okay. Oder? Irgendwas hat er doch fressen. Oder gibt's ja Aldis? Das wird sein. Jetzt stelle ich mir gerade ein Eisbär in einem Aldi vor. Ja, Alter. Tiefkühltruhe kann das sein. Kannst du versuchen. Wirst du halt nicht kriegen. Glaub ich das letzte Rennen. Jupp. Ist es. Fünf Runden Abschlussquälung. Mit dem Schlachtschiff. Ja. Auf der dafür ideal geeigneten Strecke. Ich weiß nicht, wie oft die eigentlich auf dieser Strecke heute noch fahren wollen. Fünf Runden noch. Wenigstens hat Ronald den... ...äh... ...a gut, das ist hoch. ...richtig das Strip versenken. Ja, so ungefähr fühlte ich mich auch. Oh Gott. Wollte ich es doch rumstehen? Nein, ich tue nur so. War das ein bisschen schwierig? War doch genau richtig so. Ja, ja. Schiff, Schiff. Schiff, Schiff, Schiff. Ich schiff, ich vertraue dir. Ja. Ich finde aber auch lustig, dass Ramage in der... ...äh... ...in der... ...hier, sag schon. In dem Car-Update halt für HP2, dass er da tatsächlich irgendwie auf irgendeine Versuche hat, die Witze zu erklären. Und ist das ihm gelungen? Ja, äh... ...das kann ich natürlich schlecht beurteilen, wenn ich sowohl da ist, das Reiketer, wenn sie auf Deutsch schon... ...hätte ja sein können, dass die anderen was die sagt haben, ob sie es verstanden haben. Die waren stehen geblieben. Okay. Nee, da hat kein... Also ich habe zumindest nicht mitgekommen, dass irgendwer was dazu gesagt hätte. Bei dem Gewicht ist das... ...die waren stehen geblieben, was sie bei denen erfahren waren. Aber ich glaube auch, äh... Ja, ich komme bei mich rum. Außerhalb Deutschlands versteht man den Witz nicht. Wahrscheinlich auch nicht mal, wenn man kein Nice spielt. Oh, dieses Auto... Ich bin das alles außen gefahren. Das Auto hat mir unter die Barriere. Äh, in einem Ausmisten ist es schwierig. Oh Gott, die Kurve mit dem Auto. Wollen wir das echt riskieren? Kannst ja außen fahren, so wie eben. Nee, ich habe es mir nicht immer gelassen. Ja gut, auf der anderen Seite den HSV-Witz, den kann man tatsächlich verpflegen. Also auch für bei Außerhalb Deutschlands. Klar. Jeder kennt den HSV-Fußballverein außerhalb Deutschlands. Der ist so bekannt, äh... Also ich kenne mich mit Fußball jetzt nicht aus, aber ich denke mal, wer das im Ausland kennt, der wird den Verein auch kennen, denke ich mal. Wer was im Ausland kennt. Also, Jonas hat auf jeden Fall den Scheiß-Skin. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Hat du im Meter schon festgestellt. Du bist ein bisschen langsam. Hab ich auch nicht gehört. Wärest du mal so langsam beim Fahren, ja? Ja, ich glaube, der fokussiert sich mehr aufs Fahren als auf die Skins. Das ist das Problem. Bei dem Auto hast du da gar nicht so Unrecht. Da grauenhaft das Ding, ja. Und dann auch noch auf dieser Strecke hier. Und dann auch noch fünf Runden. Na gut, nach der ersten Runde weißt du, wie scheiße alles ist. Und dann kannst du halt noch vier Runden lang genießen. Pff, genießen vor allem. Genießen nicht. Genießen nicht. Leiden meinst du wohl eher. Ja. Karten ist begrenzt und jo. Watt denn, du bist doch direkt hinter mir. Watt denn. Dass wir uns die Scheiße auch fünf Minuten antun. Fünf Minuten? Ja, schön. Ja, Alter. Das schafft das Auto nicht in fünf Minuten. Ich schaff doch nicht mal Kirsch und das würde schon was heißen. Ich bin froh, wenn ich eine wohne jetzt. Ja, ja, ja. Komm doch da rum, Mensch. Komm doch da rum. Alle zwei. Doch, hab ich sie brauchen. Bist du schon wieder hinter mir, Tomete? Nein. Das müssen sie nicht so hin. Dann geht ja alles wieder in der geordneten Bahn. Die Tropen liegen ihm halt nicht. Ja, ist okay. Oh Gott, Kehrsteller gibt Gas. Ja, also, als ob ihr hier irgendwie mit einem Pedalantrieb unterwegs seid. Ja. Wie bei dem Feuerstein. Füße raus und loslaufen. Ach, woher ist das? Das ist der Auto. Doch, da ist ein Lieblingskarren nicht. Ja, mehr oder weniger. Nur wegen dem Skin. Ja, das ist vielleicht okay. Deswegen hat er ja ein Skin dafür gemacht, wenn er eine Lieblingskarren ist. Ach so. Ich muss da dann seine ganze Liebe reinstecken. Ja, natürlich. Nur irgendwie hat er von dem Ding hier ihm leider nicht seinen Skin gegeben. Ach, warum sind jetzt ein Dreher hier? Hat gerade auch eins, die Wieler. Also, eigentlich war der Gedanke hinter den Skins, der mit jetzt, äh, haben wir es ja sowieso so, dass wir, äh, die automatisch kriegen, aber der Gedanke hinter den Skins war eigentlich viel mehr, wenn das Auto schon so scheiße ist, da muss man, muss es wenigstens witzig sein. Das war der Gedanke dahinter. Mit dem kann zwar nicht fahren, aber man kann darüber lachen. Ja, so ungefähr. Ja, so schlecht wie der fährt, sag ich, darüber kannst du halt auch schmunzern. Also, irgendwie gefällt mir das nicht, dass du die ganze Zeit nur näher kommst. Ich finde das sehr gut. Dann würde ich auch nochmal eine Teamspeak-Version machen, aber das ist irgendwie Unterlegabe. Ja, Teamspeak-Version, geil. Ja, mit viel Sonne und Sound dann, so wenn du rufst, irgendwie so einen Sound vom Teamspeak dann, so weißt du. Das ist ja Dispredet, ist ja wie schön, ne? Oh, oh Gott. Connection Lois. Ja, dieses Skinspeak-Version, das geht ja leider nicht. Kannst du für das ganze Auto machen, das ist auch egal. Oh, weißt du, ja. Also, für uns wieder, wir haben solche Teamspeak-Version. Unter der Kurve dann Traction lost. Und dann soll du überholt sein, you was kicked from the server. You were moved. You was banned from the server. Und bei der Ziele hier, Demon, Demon was timed out. Wenn wir schon fortfahren, kann ich da nicht den Fortiester von Dirt fahren? Der wird hier besser durchkommen als Dirt. Ja, wahrscheinlich schon. Könnt ihr euch mal entscheiden, wer da vorne Erster ist? Ja, klar, ich. Du musst mich hier vorbeilassen. Okay, dann... Wir klicken 1, 2, 1, 2. Und schon wieder. Entscheidet euch. Ja, haben wir doch gerade. Das lassen wir jetzt so. Nee, das lässt du jetzt nicht so. Doch, wir haben uns entschieden. Nein. Jonas wollte das so. Ich wollte den Drift nicht haben, da an der Ausgang. Aber ich wollte, dass du den Drift hast. Ja, ich aber nie. Also, wir haben uns noch nicht entschieden. Doch, doch. Jonas, was hast du da angestellt? Nee. Die kriegen sich da jetzt... Das ist ein Streit jetzt unter den Gewalten. Ja, das ist gut. Vielleicht denkt sie sich so ganz doll ab. So, dass sie eine ganz große Fehler machen. Und da kommst du doch doch vor dir, ja. So weit wie ich weg bin, zwar nein, aber... Da kann ich hoffen. Hab ich... Hab ich so nicht gesagt, du sollst aufhören? Mit dem Salzstangen. Du willst du denn, danke, Herr Scher? Du willst du wissen, dass ich noch Salzstangen esse? Weil, ich, Mann, halt das so. Was willst du, Idiot? Bitte, Auto, fahr da rum! Alter! Jetzt auch eine Salzstange. Die hier sind... Ist das noch schon leer? Na, kruch! Ein paar sind noch. Nein, 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 nein. Ich hab' den Schiff noch rumliegen, also... Ich auch. Jetzt habt ihr ja doch schon wieder gewechselt. Ja. Ja. Er war in der Selbstmordabgift und die rechte Seite gefahren. Hm. War ich gar nicht. Also, ich bin zwar, aber ich wollte nicht. Also, das spielt mich da rübergeglitscht. Ach, so eine Streithammel, ne? Aber das hatte ich auch, Kirsche. Ich bin gerade auch rechts gefahren. Weil ich auch so rübergeglitscht bin. Aber Gott sei Dank, haben wir ja noch zwei Runden. Ja. Du bist aber ziemlich weit weg, Kirsche. Ja. Wenn ich mir den Abstand angucke. Ja, ja. Ich muss halt eine andere Route fahren da. Beim Außenlandgletschen. Guckst du den Abstand ab? Ja, ja. Dass du die noch sehen kannst. Na, wenn so in der Ecke sehe ich das. Wenn ich eine Ecke fahre und die fahren da gerade so super durch den Streckenabschnitt, dann sehe ich das noch. Ansonsten sehe ich die auch nicht mehr. Nein. Aber dann gibst du doch zu. Wahrscheinlich streamt die mir das irgendwo. Nee. Ich habe mich einfach in seinen PC eingehackt. Was denkst du? Ich sehe das auf alle. Von euch allen. Verstehe. Was ist das echt für den heftigsten Unterschied, weil es diese ist, ob man nicht Controller oder Linkrad spielt. Wir müssen das mal mischen. Links lenken ist Controller, rechts lenken ist Lenkrad. Gas ist Controller, Bremse ist Lenkrad, ja. Ja. Gas und Bremse ist dann Tastatur. Gas ist Tastatur, Bremse ist Maus. Maus. Aber Maus nach unten bewegen, wenn schon. Hörtlich gut dann. Und Handbremse geht es in Hero-Gitarren. Damit kann ich nicht dienen. Ja, wie sonst. Kannst du dich mitfahren. Ja, dann gibt es kein Hardware. Oh, da kannst du diese Eingabe halt nicht machen dann. Genau, keine Handbremse. Ich nutze die Handbremse sowieso eigentlich nicht. Ja, wie denn auch ohne Hero-Gitarren? Jetzt wissen wir ja, warum die sie nicht nutzt. Gut, dass wir das geklärt haben. Gibt es Hero-Gitarren eigentlich für PC? Ja, sieh ich. Sonst würde die mir ja wohl kaum die Handbremse nutzen können. Oh Gott. Ja, sieh ich auch viel Spaß. Ja, sieh ich auch viel Spaß. Ja, sieh ich auch viel Spaß. Ich hab das Gefühl, du bist das durchgekommen. Ja, ähm, vor mir ist irgendwie die ganze Zeit zurückgefallen. Jetzt bin ich auf einmal deutlich näher gekommen. Fakt mich jetzt bloß nicht warum. Warum? Oder frag ruhig, ich weiß es nicht. Wieso weißt du das nicht? Ja, weil sonst würde ich mir sagen, wie ich schneller fahren kann. Nee, aber ich glaube eher, dass es ein Fehler seinerseits war. Fakt mich mir nicht für was gewesen, sonst. Wahrscheinlich kurz bevor ich auf einmal näher gekommen bin. Nein, 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 nein. Das war dann wieder ein Fehler meinerseits. Über 13 Minuten hier auf dieser Strecke, ey. Ach, das passt schon. Aber wir haben ja noch eine Runde. Die Strecke ist ja nicht das Schlimme, das ist das Auto. Mit der wir auf dieser Strecke sind. Nö, das Auto auf der Alpang schweißt du. Ach, Gott, nee. Eieieieie. Nur ein Fan von der Strecke bin ich auch nicht sonderlich. Doch, die Strecke ist super. Vielleicht doch nicht mit diesem Auto. Mit dem F-50 ist die ganz geil, ja. Ja, CLK. Das ist deine letzte Runde. Ich hab dich da zugefahren. Das war ich. Das hab ich gesehen. Letzte Runde. Die anderen beiden sind noch weiter voraus. Letzte Runde. Wollte ich jetzt auch sagen. Tomete? Du jetzt auch? Jetzt? Das dauert bei ihm noch. Das dauert noch verdammt lange. Bei ihm dauert's noch. Also, wir hätten fest, die könnten wir ihn ganz schön lange auf mich warten. Wenn man sich nur damit abtaten könnte danach, ne? Das wäre noch Schluss. Aber nein, hier hat sich gedacht, man. Sowieso komisch. Bevor man gejoined ist, kann man spektaten. Aber wenn's so Ende ist, nicht. Weil das Spiel halt so unfertig ist, das sehen. Ach, wozu? Aber das macht ihr hier doch nicht. Die werden das doch nicht. Nee, jetzt ist richtig noch viel altes Game machen. Lieber neue Spiele releasen, die da man denn kaufen muss. Und die dann auch einfach halbwegs unfertig sind. Und die auch scheiße sind. Das kommt hier doch dazu. Was hier alles wegen Release-Datum gedroppt wurde an Features, das ist unschön. Ja, also ich will nicht auswissen. Das ist, wenn's fertig geworden wäre, mein Lieblings-Wennifels geworden wäre. Hier sollte ja auch ein vollwertiges Tag-, Nacht- und Wetter-System drin sein. Aber alles gedroppt, wenn ihr das Spiel rauswaschen wollt. Ach, das vermisse ich aber echt am meisten. Mehr Strecken fände ich super. Nee, witzigerweise, wie gesagt, das fehlt sich auch auf der PC-Weson eine komplette Map. Ja. Ja, mehr Strecken wäre auch cool. Ja, ist ja so viel cool gewesen, ne? Aber, ja. Das ist schon komisch. Ich meine, warum haben sie diese Area weggelassen? Sie werden die Strecken ja nicht komplett neu gemalt haben, oder? Die werden schon... Da hängen zwei verschiedene Entwickler-Stücke hinzuhalten. Ja, aber die werden sich einfach irgendwie ein paar Dateien hin- und herschicken können. Ja, aber die Strecken sind aber unterschiedlich. Ja, unterschiedlich. Aber die werden nicht vom Scratch komplett neu, unabhängig neu entwickelt worden sein, oder? Ich glaube nicht, dass die jetzt ein Scratch entwickeln. Naja, wenn das zwei unterschiedliche Studios waren, werden die auf Formate auch alle unterschiedlich sein. Das ist eine ganz andere... Die PS2 ist ja auch eine komplett andere Engine. Ja, aber dann lohnt es sich halt eben, einen Converter zu bauen, der von einem Format aufs andere konvertieren kann. Die wissen ja, wie ihre Formate aussehen. Ja, aber das Riesen-Serie auch nicht. Nein, aber die beiden Studios untereinander können... Ja, achtet, während sie das auch nie machen. Ich weiß nicht, ob das komplett unabhängig entwickelt worden ist. Ich will jetzt nicht ausschließen. Das sind zwei verschiedene gewesen. Ja, das sowieso, aber... Das wäre ja blöd. Ich meine, die sollten halt zusammenarbeiten, um sich Arbeit zu sparen. Wow, Spiel, was sollte das denn jetzt? Also, ich will meine... Dann fahre ich halt jetzt nochmal von unten vom ersten Gang. Haben sie schon, Mädel. Das ist kein Problem. Ja, gut. Mitten auf der Graden erstmal... Puh, wo ich wieder vom ersten Gang aus losfahren. Kein Problem. Ja, aber die PS2-Version, die ist ja halt auch eine ganze Ecke besser, also... Ja, aber die Tropen finde ich grafisch bei PC schöner. Aber ja, das ist richtig. Ich habe ja mir die PS2-Version ja angeschaut. Ja, das hatte ich bei dir, glaube ich, auch geguckt. Aber es ist halt eine komplett andere Engine, ne? Und es ist auf vielen Punkten um einiges detailreicher. Erst recht, wenn es um den National Forest zum Beispiel geht. Ja, die Waldstrecken, ja, aber die Tropen finde ich bei PC schöner. Auf jeden Fall. Das hat leider auf der PS2 eine weitere Möp mit bei, ist es schon traurig. Ich glaube, die PC-Version hat nicht gekannt. Ja. Ja, die Tropen sind ja auch farbenfroher und so beim PC, also es ist schon besser. Aber die anderen Umgebungen finde ich alle auf der PS2-Version besser. Ja, vor allem Wald halt, ne? Wald sieht halt geil aus dort. Ja, und grafisch ist es bei der PS2-Version interessanterweise auch besser, obwohl die PS2 ja sonst immer wesentlich schlechteren Grafiken als der PC bekommen hat. Ich denke mal, das ist natürlich ein bisschen was. Naja, die drei. Okay, zum Mittelfall jetzt einfach den Server, er will das Rennen nicht benden. Ja, ich bin rausgeflogen. Witt. Das ist blöd. Er will das Rennen einfach nicht benden, er hat gesehen, ich bin durchgefahren, er lief den Server. Und hoffentlich, dass die Ergebnisse in Asak noch drin sind, aber auch nicht, ne? Ne. Ja, dann ist denn deine Ergebnisse jetzt nicht da. Das ist scheiße. Hallo, oder? Nein, nein, für das letzte Rennen. Bei den Rest hast du ja, haben wir ja so gesehen.